So, liebe Leute, heute spielen wir Story Mode von 0% aus an. Das heißt, ich bin nicht in vollkommenen Speicher. Ich stelle mal schnell die Kamera noch ein bisschen in. So, gut. Okay, auf jetzt. Zuerst müssen wir ein Team erstellen. Warum trinkst du nur so viel? Ich muss erst die Ponsen machen. Machen wir nachher eine Aufnahme noch gleich. Lass mich in Pause. Warum trinkst du nur so viel? Soll ich gerne wissen. Wenn ich nicht, wenn ich esse, trink ich. Ach so. So, ja. Wir müssen mal ein Team erstellen. So, ich gebe es mir ein Team erstellen. Wenn du willst. Meine ich jetzt. Wissen wir die meine? Ja. Ja, ich stelle mir erst mal den großen Namen, weißt du? Ja. Das ist wie meine Charakter da heißen. Moment. Augenblick. Ich muss erst mal kurz überlegen. Ah, das ist die F-Kid. Ja. So, jetzt hören wir noch ein paar Namen in. Schlager. Ja. Ja. Ich bin zu den nächsten. Ja. Ja. Genau. Ich bin zu den nächsten. Schlager. Ich bin zu den. Ich bin zu den Netz gesagt. Ich bin zu den. Ich bin zu denúblicisten. Ich bin zu denğeiler. Ich bin zu den. 진 acuerdo. Ich habe hier eine Gente's über 10'30art. kennst du aber glaube ich nicht dass immerhin der drum renntet ist ein bisschen komisch ja weil du damit kommentieren wirst du ja wenn ich näße wieder wissen mit kommentieren karte sammerte willst ist ein youtuber ja trotzdem lustig die netzenden war ich schon gehen kann es bei dir nachher nennen wird er und sollte ein team erstellen jetzt im schild oder ohne team der kalt mali nene was anderes sehen ob die siri bürger ihr bürger kann man kann es nicht nur ein bisschen teuer sind die teile aber für zwei stück drei euro die kosten die so eine kleidung klassisch nämlich nicht ich habe immer das hier genommen wie das nicht verwartet hier das nämlich immer bis gleich um das kopf den nehmen wir stehen auf den team er kann ich habe man so einen speziellen ich würde ich finde es aber nice kann so dein thema stellen kinder soll dauern nicht lange also gleich hinzumachen machen wir zwischendurch gleich nämlich nur war die nämlich hoch so noch schwarze handschuhe oder einer die schwarz das wollen wir noch an der team alle team war für die kamelein afro bin ich wohl da was ich will schon mal mein lieblingsland aber mein lieblingsland ist usa könnten wir nehmen das ist aber keine öl lampe das auch nicht das nicht das würde hier passen jetzt sind also alle charaktere wie ein nazi aus nein das ist nur der helm so kannst du jeden einzelnen so gestalten nee nee ist alle einheitlich so das gewissen also aus ja also ich gebe es nicht meinen namen ein vater ich würde mit schwarzer augenklappe nehmen aber die engel für land nehmen wollte schwarze augenklappe nehmen das wäre besser ja ich finde die brille ist er mich lustig aus dem wirst du ja was so sehr mich lustig aus dem so eigentlich würde ich eigentlich würde ich damals die ddr haben als land aber haben sie nicht und so handelt genau ich habe genossenschaft was nicht mehr drin dann schreibe jetzt konsumenossenschaft ja wie soll die konsumenossenschaft ist ja das ist das kann der ddr noch genau dies die finde ich richtig nice die finde ich cool die konsumgenossenschaft das wenigstens die hat sich weniger die hat sich wenigstens angestrengt scharf nämlich nicht also wirklich ich bin doch kein scharf ich bin immer als konsumgenosseneinheit weil geht da einheit scharf bin doch kein minecraft oder nicht um ich habe ich sie gröb ich bin und sie kann so gerade die kann ich nehme mit zuerst stellen wir den team, komm her dein team wird jetzt erstellt Profäle verdient, nice so, ja jetzt muss er meinen Namen erstmal geben mir ist egal, sag irgendwelche Namen 6 Stück hast du vor Verfügung Kugel wie würdet ihr schreiben? also C U H und der Wort G G, G aber Q wird damit C mit K geschrieben ach so, stimmt Entschuldigung so und der Wort Gier wenn wir uns den Trennstrich machen, wo ist der Trennstrich sieht besser aus dann hier das ist der Anführer jetzt hier er ist der Anführer nö, den würde ich Prinz Jungwolf nennen Prinz Wolf wäre besser Jungwolf passt dring, worin? Naja Prinz Jungwolf das passt dring, worin? nein so äh bürger das ist ein guter Trennstrich, oder? pas dring, ja so, wie geht es? Wolf Nummer 1 Wolf Ja, so. Großbritannien? Ja. Ich gehe besser auswendig. Ja. Ich drücke aus jedem Namen. Und jetzt? Wollfiane Wollfiane Ja. Zellent hier, wie gesagt. So. Ja. Ja. Da sind wir die Fress halt in der Wurme. So. Okay. Weiter. Klaue. Nein, nur Wolfs Klaue. Ja. So. Ja. Ja. Weiter. Zwei Muster noch. Äh. Mal gucken. Wolfs Blut ist auch geil der Name. Wolfs Blut? Wolfs Blut. Ja. 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 So. Sind wir noch einen? Äh. Mal gucken. Ja. Ja. Gibt ja auch so ein Film. Der heißt Bio Wolf glaube ich. Ne. Der ist urheber richtig geschützt. Achso. Ja. Mal gucken. Mann. Ah. Oder. Immer Wolfs Wilp als letztes. Oder einfach Wolfs Wilp. Ja. Mein ich ja. Ist ein junger Wolf oder nicht? Ja. Ja. Oder Drache. Ja. Ich finde wenn alles Wolfe sieht es besser aus. Passt bisschen. Ja. Ja. Halbofahrt alles da ist. Die hat Scherze genommen und so alles. So. Jetzt brauchen wir noch eine Soundbank die du haben willst. Klasse wir nehmen die Scheiße die ist langweilig. Irgendwas anderes. Schattig. Okay. So. So. Soll er mal sprechen. Warte. Ist schattig. Ja. Ist schattig. Ja. So. Jetzt brauchst du ja noch ne Kostüm. Vielleicht mach zurück General. Gut. Soll er ein bisschen anders sitzen. So. So. Ja. Jetzt brauchst du ja noch ne Brille. Augenklappe schwarz. Ich würde ja brauchen würde passen. Der sieht dann einheitlich aus. Ja schwarz ist ja eigentlich auch. Der ist ein schwarzer Umhang. Gut. Kann ich ein bisschen größer machen. Nee. Die muss auch ein bisschen. Ja. Ein bisschen größer. Nee. Geht nicht. Ja. Den Generalhut noch ein bisschen verschieben wieder. Warte. So. Ja. So sieht es besser aus dann. So. Jetzt brauchen wir noch ein Bart. Ich nehme mal wieder hoch. Es gibt ja Schottenbärter. Achso. Wo denn? Hier. Nee. Gibt es hier auch nicht schwarz? Weißen. Weißen gibts auch. Okay. Wir nehmen den. Hände brauchst du noch. Da ist nicht viel. Der brauchst du nur eine Farbe sagen. Achso. Die. Die. Gut. So. Jetzt müssen wir noch der in eine Fahne heben. Der Soldat bleibt. Ja. Die Waffe nimmst du nicht in der Storymodus. Nur mehr Spieler. Ja. So. Jetzt brauchen wir noch eine Waffe. Dann noch irgendeine Welt. Guck wenn du sagst. Stopp. Hier gibts nicht mehr so viel. Nö. Japan. Dann müssen wir noch ein Dayotopen. Ja. Ja. Hier so. 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 Der Brossantien Namen. Team Wolf. Ich würde. Ich würde. Ich würde. Ich hätte einen besseren Namen. Wolfseinheit. Wolfskrieger. Ja. Wolfskrieger wollen wir nehmen? Ja. Wolfskrieger. So. So Leute. Im nächsten Part kommt die Story. Bis dann.